Und, Teil der letzten demokratischen Entscheidung gewesen, ich mag doch hoffen, denn das Wahlrecht ist das Fundament unserer Demokratie und Demokratie baut ja bekanntlich auf Verantwortung auf. Verantwortung könnte man beschreiben als etwas, das in die Hand genommen gehört, im Gegensatz zur Packung Chips vorm Fernseher und der Wahlgang, den könnte man beschreiben als etwas, das wirklich fast von Notwendigkeit ist, auch wenn ich mich an dieser Stelle nochmal klar gegen einen Wahlzwang aussprechen möchte. Das Verantwortungsgefühl, das uns unser Wahlrecht gibt, ist ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil vom Zugehörigkeitsgefühl und wir leben in einem Kollektiv und in diesem Kollektiv sollten wir unsere Entscheidungen auch kollektiv treffen. Natürlich wird eine Minderheit immer bestehen, aber wir sind ja eigentlich nur eine große Summe aus vielen Minderheiten. Genau deswegen möchte ich an die versammelte Zuhörerschaft appellieren, das Wahlrecht wahrzunehmen und beim nächsten Wahlgang vielleicht sich auch ein bisschen mit der Thematik zu befassen, nicht hineingehen und den Emotionswähler aus sich herauskommen lassen. Weil Politikbeschäftigung ein Thema ist, das vielleicht in eine andere Spontanrede gehört, aber leider in unserer Gesellschaft und in unserem Bildungswesen viel zu kurz kommt. Ja, also an dieser Stelle eben nochmal der gesammelte Appell zum Wahlgang und zur Handgreifung der Verantwortung. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Applaus Vielen Dank.